Das polnische Verfassungsgericht erklärte 2021 die Einmischungsversuche des EuGH in das polnische Justizwesen für unvereinbar mit der polnischen Verfassung. Im Übrigen verstießen sie ebenfalls gegen europäisches Recht, welches die Souveränität der Mitgliedstaaten im europäischen Integrationsprozess garantiere. Die Ampelkoalition hingegen hat sich in ihrem Koalitionsvertrag gar darauf geeinigt, die Bundesrepublik und ihre Verfassung zumindest langfristig ganz aufgeben zu wollen. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, die Konferenz zur Zukunft Europas sollte in einen verfassungsgebenden Konvent münden und zur Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen, der dezentral auch nach den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit organisiert ist und die Grundrechte zur Grundlage hat. Meine Damen und Herren, wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn wirklich braucht? Solche Bestrebungen, wie die Ampelkoalition sie offenbar verfolgt, sind natürlich verfassungswidrig und sie sind auch vom Souverän dem deutschen Volk nicht gewollt. Auch alle anderen Völker lehnen diesen EU-Staat rundweg ab, so zum Beispiel die Völker in Skandinavien. Das ist auch kein Wunder, so wie die EU sich mittlerweile aufführt. Sie wird immer übergriffiger und mischt sich immer häufiger bis in die kleinsten Lebensbereiche ihrer Bürger ein, die sie eigentlich gar nichts angehen. Aktuelles, trauriges Beispiel ist der Verbrennermotor, das aus ab 2035. Die Ampel konnte sich ja lediglich dazu durchringen, Verbrenner, die ausschließlich mit sogenannten E-Fuels betrieben werden können, von dem Verbot auszunehmen. Das kann man eigentlich schon als Sabotage an der wichtigsten deutschen Schlüsselindustrie, der Automobilindustrie, bezeichnen. Autofahren wird für die Otto-Normalverbraucher, wie von Ihnen ja wahrscheinlich auch gewollt, unbezahlbar werden. Hunderttausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Als Saarländer, Herr Frey-Hendrin noch gleich, kann ich Ihnen hier von ein Lied singen. Die Schließung des Fortwerks in Saarlouis ist ja bereits beschlossen, die Zukunft ungewiss. Meine Damen und Herren Kollegen, der demokratische Nationalstaat ist nicht, wie von linken Kräften immer behauptet, etwas ewig Gestriges. Er ist hochmodern. Er ist einer Errungenschaft, die sich die Völker in Europa hart und blutig erkämpft haben. Nicht nur die Ukraine, sondern auch wir Deutschen haben das Recht auf einen souveränen Nationalstaat. Deswegen bitte ich Sie, stimmen Sie unserem Antrag zu. Deutschlands Souveränität muss erhalten bleiben. Vielen Dank und Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wörth.